Hallöchen zusammen ich zeige euch jetzt mal wie er an den Gold-Dollar von 1800 kommt ich bin hier an der Mine am Mount Hagen da geht es dann erstmal rein und dann hier durch den kleinen Spalt in der Wand nach rechts und dann gleich noch mal nach rechts immer schön weiter und dann die erste links und dann gibt es so hier so eine hängende Laterne also die ich habe sie schon runter geschmissen hier liegt sie auf dem Boden aber normalerweise hängt die da oben an der Decke das könnte als Orientierungspunkt nehmen dann wenn ihr das Kram so nicht angezeigt bekommt was vermutlich der Fall sein wird ich habe halt eben schon mal ein bisschen vorgesucht dann hier wechseln auf den Metalldetektor und dann kriegt das auf jeden Fall angezeigt und dann einmal kurz buddeln und dann habt ihr den Gold-Dollar von 1800 das Ganze jetzt noch mal über die Karte ist wie gesagt hier am Montagen in der Höhle hier hinten in der Ecke ich bin mir sicher ihr findet das und dann bis zum nächsten Mal bis dahin bye bye